Das Wirtshaus ist die Wiege des menschlichen Miteinanders, der Toleranz. Natürlich haben wir da so Wirtshausschlägereien, aber die dienen doch nur der Aggressionskontrolle. Beim Schafkopfen, da lernt man soziale Kompetenz. Da herrschen die bayerischen Grundgesetze. Das bayerische Äquivalenzgesetz, Leben und Leben lassen. Die bayerische Mengenlehre, hock dich her, dann werden wir mehr. Und das Gesetz der flexiblen Masse, ein bisserl was geht immer.